Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem ganz besonders interessanten Objektiv und zwar mit dem Prototyp eines neuen Vogtländerobjektivs für den Sony E-Anschluss und zwar dem 2050 Apolanta. Apolanta steht ja bei Vogtländer für ganz besonders gute Objektive. Da gab es bisher ja zwei Makroobjektive, das 65er und das 110er. Und jetzt ein Normalobjektiv 2050. Klingt erstmal unspektakulär, ist aber ein sensationelles Objektiv mit einer unwahrscheinlich guten Abbildungsleistung. Und ganz besonders gut konnte ich das natürlich testen an der Sony Alpha 7 R Mark IV, weil die hat ja nicht nur von Haus aus die 61 Megapixel, sondern wir können ja über den Multishot, das heißt mit 16 Bildern, die dann zusammengerechnet werden im Rechner, können wir auf 240 Megapixel kommen. Das ist natürlich eine Auflösung, wo das Objektiv wirklich gigantisch gut sein muss. Die meisten Objektive sind mittlerweile schon so gut, dass sie 150, 100 Megapixel denn da auflösen. Aber diese 240 Megapixel, das bringt die meisten Objektive schon an ihre Grenzen. Und wir schauen uns mal an, was da heute machbar ist. Dazu gehen wir hier mal auf unsere Bilder und hier sind wir mal ein paar Bilder, die ich damit gemacht habe. Hier mal Rudi, also als klassisches 50 Millimeter mit einer schönen Naheinstellgrenze, auch schön im Unschärfebereich. Das ist ja auch immer nochmal eine ganz wichtige Geschichte, wie das dann ausschaut. Das heißt auch hier mit dieser Blume, geringer Schärfenbereich. Aber auch hier sehen wir schon, dass wenn wir ranzoomen, dass das Ganze sehr, sehr, sehr schön aussieht. Und wenn wir dann halt nochmal in andere Bilder reinschauen, können wir es natürlich nochmal extremer. Und dieses Extreme mit 240 Megapixeln, das möchte ich mal zeigen. Wir gehen mal auf dieses Bild und das vergrößern wir uns gleich mal und zwar auf ziemlich brutale Art und Weise. Wir gucken aber erst nochmal, wie groß ist das Bild eigentlich und das ist eigentlich schon komplett irre. 240 Megapixel heißt, dass wir zum einen als 16-Bit-TIV und so kommt das hier auch aus dem Programm raus, eine Dateigröße von 1,35 Gigabyte hat. Also hier sehen wir uns auch nochmal, 1,35 Gigabyte. Pixelgröße, 19.008 Pixel mal 12.672 Pixel. Also sehr, sehr viel. 240 Megapixel. Das heißt auch, dass selbst wenn ich völlig übertriebene 350 DPI mache, dass wir ein Bild haben mit 135 mal 90 Zentimeter, hier haben wir es nochmal genau, 138 Zentimeter mal 92 Zentimeter Größe. Bei, wie gesagt, übertriebenen 350 DPI. Also wahnsinnig von der Auflösung her, da können wir wirklich sehr, sehr groß mit arbeiten. Und wir gucken uns jetzt mal im Detail an, was wir da noch für Vorteile haben. Wir sagen, gut, das ist jetzt eine schöne Bergaufnahme mit einem 50 Millimeter Objektiv. Hm, blöd. Ich habe kein Zoom-Objektiv, kein Teleobjektiv dabei gehabt. Wir wollen uns einfach mal einen schönen Ausschnitt, so einen Berg, den da rausholen. Sagen wir mal, das hier wäre doch ein schöner Ausschnitt. So, und der Gag ist, dieser Ausschnitt hat immer noch mehr als 20 Megapixel. Das heißt, selbst dieser Ausschnitt kann noch prima als Vergrößerung genutzt werden. Alles gut. Und was das Objektiv zu leisten imstande ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal in eine, auch das wieder völlig übertriebene Vergrößerung, aber da sehen wir dann wirklich mal, welche Dinge wir im Detailbereich denn da bekommen. Ich weiß nämlich zufällig, dass hier, wir gehen noch mal in das ganze Bild rein, halt, damit ihr das auch mitverfolgen könnt, da ist eine Hütte in ungefähr 5 Kilometer Entfernung, das Waltenberger Haus. Und wir holen uns das mal ran. Wir gehen mal hier so, damit wir überhaupt sehen, wo wir sind. Hier oben könnt ihr immer mitverfolgen, wie stark der Ausschnitt ist. Also der ist jetzt schon sehr stark. Und hier erscheint so langsam diese Hütte und wir gehen noch mal weiter in die Vergrößerung rein. Und ich mache es noch mal stärker, damit ihr das im Video auch ordentlich sehen könnt auf dem kleinen Bildschirm. Wir haben hier also 500 Prozent Vergrößerung. Wir haben hier schon kein Rechteck zur Auswahl mehr, sondern das ist wirklich nur noch ein roter Punkt, den wir da in unserem Photoshop haben, im Navigator. Und wir sehen aber trotzdem hier jedes einzelne Fenster in 5 Kilometer Entfernung. Also für die CSI-Liebhaber, das ist das, wie es da vorgegaukelt wird. Und wir schauen uns hier noch mal einen anderen Ausschnitt an. Das ist ungefähr jetzt so, ich schätze mal, 3 Kilometer entfernt. Und wenn wir hier auf den Bergrücken gehen, dann sehen wir hier die einzelnen Zaunpfähle. Auch hier wieder, das ist der Ausschnitt, den wir da haben. Also winzig, ne? Hier die einzelnen Zaunpfähle. Also unwahrscheinlich, was dieses Objektiv leistet, das 2.050 Apolantar von Vogtländer auf der Sony A7R Mark IV. Hier, selbstverständlich auch für die anderen Kameras mit E-Bionett bis runter zur APS-C-Reihe. Das ist jetzt in der 6500er Bestands geeignet. Da ja dann mit der Brennweitenwirkung als 75 Millimeter Objektiv auch sehr schön für Porträts geeignet. Lasst euch das einfach mal bei eurem Fotohändler zeigen. Viele Fotohändler führen ja diese Vogtländer Objektive. Schaut es euch an. Ich sage Bescheid, wenn es lieferbar ist. Und für die Videofilmer unter euch habe ich noch ein besonderes Schmankerl. Die Blende können wir nicht nur klicken, sondern wir können die Blende auch so einstellen, dass sie entklickt wird. Das heißt, ich höre nichts. Das ist ja das, was Videofilmer sehr, sehr gerne haben. Also auch dafür super gut geeignet. Wir denken an Auflösungen, nicht nur 4K, sondern 8K. Wo wir auch solche Auflösungen, aber auch solche Charaktere eines Objektives brauchen. Sehr interessant. Und ein Schmankerl noch. Dieses Objektiv, und schaut euch das dann mal an, wenn es soweit ist. Ich vergrößere es hier auch gleich mal. Dieses Objektiv hat eine ganz besondere Blende. Und zwar kreisrund bei der Öffnung. Das ist ja das, was wir wegen des Bokehs auch sehr, sehr lieben. Kreisrunde Öffnung. Aber wenn wir um eine Drittel, noch ein Drittel, auf Blende 2,8 abblenden, um ein bisschen größeren Schärfebereich auch zu haben, ist diese Blende plötzlich auch wieder kreisrund. Das heißt, auch hier habe ich selbst abgeblendet, dann auch nochmal eine wirklich schöne kreisrunde Blende bei 2,8. Nicht nur bei 2,0. Ja, das war es soweit. Schaut es euch bei eurem Fotohändler an. Liste habe ich unter dem Video. Da könnt ihr so eine Händlersuche dann mal anschauen. Besucht euren Händler, guckt euch das an und viel Spaß mit so einem tollen Objektiv. Tschüss, bis zum nächsten Mal.